So, nachdem einige ja im Forum geschrieben haben, dass eventuell an Undichtigkeiten auch liegen kann, dass das mit den Drehzahlen bzw. dass der Leerlauf nicht so ganz synchron ist, habe ich jetzt hier einmal einen Smoker Test dran, die kennt man, hat man jetzt im Fernsehen glaube ich auch schon häufiger gesehen und habe mir so ein Teil einfach mal besorgt und werde jetzt mal versuchen, was passiert, wenn ich ein bisschen rauche, die Vergaserblase. Ich habe die einzelnen Sachen schon abgedichtet, wo es normalerweise dann so rausgeschossen kommt und dann sollten die Dinge übrig bleiben, wo es nicht soll. Ich mache mal an, zack, so, schon legt er los, das dauert ein bisschen und dann sollte irgendwann eventuell was passieren. Okay, das heißt, ich habe hier... Oh ja, also hier haben wir eine ganz klare Undichtigkeit, würde ich sagen. Das ist mehr als deutlich. Ja, dann an der Welle, am Übergang halt von den Drosselklappen, da schießt es ja ganz lässig heraus. Ja, den Verdacht haben ja einige schon gehegt, aber ganz vorne hier ist natürlich zu sehen, das ist eine Spritzzufuhr. Hier haben wir deutlicherweise ein Problem, da tritt Luft auf bzw. da zieht er wahrscheinlich dann auch Falschluft. Okay, okay, okay. So, den rechten Vergaser bereits getestet haben, habe ich jetzt den Versuchsausbau einfach mal auf den linken Vergaser gesetzt. Rechten Vergaser ganz klar, die Welle von den Drosselklappen als auch anscheinend der Deckel von der Benzinzufuhr scheint unsicht zu sein. Jetzt einmal der Test, ich schalte ein, zack. So, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ja. Okay, ich würde mal sagen, ganz leicht, das sieht aus. Vergaser-Glocke, aber hier hinten wieder an der Welle, links und rechts, kommt es ziemlich stark raus. Das dürften, wenn, dann die undichten Stellen sein, hier oben noch ganz klar, hier noch eine starke Undichtigkeit, ja. Da kommt eine Menge raus, ob das richtig ist mit Kabelbindern mag ich zu bezweifeln. Okay, so, jetzt bevor ich hier eingeräuchert werde, schalten wir mal aus. Das zeigt mir auf jeden Fall schon eine Menge Stellen, an denen ich vielleicht etwas zu drehen habe. Unter anderem hier oben, mal davon ausgehend, dass hier Kabelbinder nicht richtig sind und auch nicht die nötige Festigkeit erzeugen, genau wie hier. Das sind alles halt, würde ich sagen, Bastellösungen. Da sollte man mal mit richtigem Material dran und ansonsten, ja, die Welle ist umdicht und ganz stark hier, ganz stark hier auf der rechten Seite, ich tippe auf den Deckel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.